hallo youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier bei gaskuh meine lieben aber heute mal ganz entspannt denn heute muss ich sagen wir werden mal noch ein bisschen bauen denn wir hatten ja beziehungsweise ihr habt ja sicherlich mitbekommen dass wir beim letzten mal also es gab ja das update bei giants und da ja mussten wir ja noch mal neuen spielstand anfangen und da habe ich den alten also ich habe quasi neuen fertig gemacht habe das mit dem alten ein bisschen verbunden und da war halt das problem dass es leider nicht alles mitgenommen hat so und ihr seht ich spiele derzeit ich hatte ja gestern zum sonntag das video rausgebracht mit dem nvidia mit den nvidia einstellungen wo man das ganze ein bisschen quasi schärfer stellen kann und schreibt dazu gerne mal in die kommentare wie ihr das so findet wie was wo und ja wir waren jetzt hier erst mal noch ein bisschen weiter bauen weil ich hatte überlegt sagen was im live stream weitermachen oder soll muss so weitermachen und im endeffekt habe ich mir gedacht okay komm wir machen das so fertig da können wir hier quasi jetzt ein bisschen bauen und tun und machen ist ja durchaus auch mal schön und entspannt ihr wisst ja ich baue ja sowieso sehr gern und deswegen machen wir das ganze hier mal fertig so genau wunderbar da gibt es nämlich hier noch ein paar bäumchen die man noch mit reinstellen so mal gucken erst ein bisschen groß das auch ein bisschen groß den können wir noch ein bisschen drehen so finde das passt ganz gut hier von machen wir noch ein paar kleine bäumchen hin und was haben wir noch an pflanzen wir haben halt leider nicht so viel einmal leider nicht so viel blumen ausweiten muss man immer ganz ehrlich sagen deswegen werden wir das mal hier so ein bisschen ein bisschen machen auf ein bisschen hübsch na so bisschen gestalten und tun und machen was jetzt hier noch so ist ihr könnt natürlich meine lieben wenn es euch gefällt sehr gern das däumchen da lassen denn ihr wisst ja ein däumchen ist ein träumchen so und heute abend nicht vergessen sind wir wieder live bei bildet meine lieben da geht es wieder weiter wir haben sehr sehr viel zu tun und ich glaube es wird wieder sehr sehr lustig werden und ihr könnt natürlich dann auch gerne wenn ihr im stream seid meine lieben wenn das noch nicht mitbekommen habt es gibt eine discord jetzt bei mir und da könnt ihr gerne drauf sollen den befehl dazu gibt es dann im stream so jetzt müssen wir mal schauen jetzt müssen wir malen so und zwar wir brauchen was haben wir hier mal gucken das war das ganze hier jetzt mal ein bisschen um ändern weil das problem ist halt ja es hat nur alles für grün na und das ist nicht so toll muss ich ganz ehrlich sagen da muss man ja ein bisschen drüber malen ich meine bissel bissel grünen kommen wir ja lassen da immer mal gucken vielleicht haben wir noch einen alten dings ja was man dann machen können beziehungsweise als ich ja so einen alten reifen den man hier noch reinlegen können aber hier drin werden wir jetzt wohl kaum oder kann man was das gepasst naja ein bisschen so ein bisschen hat es gepasst mal schauen ob man hier vielleicht so bitte grün wird noch mit drin sein oder drin bleiben so aber ja gut wenn bitte da mal wenn ein bisschen grün mit drin ist mein gott wird ich jetzt würde ich mir jetzt kein sacken aus der krone brechen so dekorationen sonstiges haben wir vielleicht einen alten was macht sich denn immer ganz gut so eine alte so was macht sich doch immer ganz gut hier drin vielleicht noch reifen oder so wo sich die wo sich die schweine auch ein bisschen dran schauen können dass wir da gibt es immer noch oder haben wir da noch tage guck mal ja da noch reifen wenn man hier nach reifen hin das macht sich doch das macht sich doch ganz gut oder was meint ihr so schön hier beim schwein her wenn sie wenn sie sich schön dran schübeln und tun und machen sowohl worden jetzt die kleine denne packt man nämlich noch der kleine dünne mit rein wo ist denn wo ist denn wo ist denn und wunderbar so sieht das noch gut aus was haben wir noch was machen wir was machen wir hier hier machen wir jetzt ein bisschen genau hier muss man noch ein bisschen malen weil wir machen hier stellen wir ja unser unser ding sind unser häusel warte zeige ich euch gleich was dahin kommt und zwar bienen machen wir noch mal machen wir hier noch ein bienen häuschen hin so weil wir werden auch hier wartet das auch noch mal drehen das ganze hier noch ein häuschen hin machen immer mal ein bienen häuschen hin und hier noch ein bienen häuschen ok hier wird durchlassen soweit und dann machen wir hier noch wieder ein paar blümchen rein weil ja immer die bienen und das selbst natürlich auch wieder grün werden dass sie hier ordentlich den honisch machen kennt den honig ansonsten meine lieben wert also wird es die woche ein bisschen mehr mit gaskuh kommen also eigentlich auch fast täglich würde ich fast sagen muss auch mal gucken wie es bei janik aussieht dass man da zeitlich mit aufnehmen können mittwoch sowieso das wisse ja mittwoch ist janik sowieso mit am stüssel so aber normalerweise kommen ja dienstag und donnerstag die folgen von helpless allerdings ja ihr wisst eine gute heli ist leider ein bisschen krank und deswegen kommt er diese woche leider kein helpless das ist aber alles nicht so wild meine lieben das holen wir nach definitiv so und deswegen das in dem sinne erst mal so information so wartet mal den hier rein machen oder entweder so riesen ding hier oder den hier rein ich würde es lieber ein bisschen kleiner halten wir machen wir machen die klein rein hier genau und das ja noch ein bisschen so hier noch ein bisschen ran da gibt es noch ein problem schnee rein wenn mir die bienen halt auch noch ein bisschen was nun haben da sieht es doch du siehst doch schon mal gut aus so da haben wir nämlich hier wieder was was passt ganz gut und dann hat man ja gesagt wir machen hier hinten wie sitzen damit das sind die kleinen und dir auch die bisschen dass das hier auch ein bilder ein bilder hübscher sieht also will eingewachsen das ganze denke mal da passt das ganz gut hier perfekt und dann könnten wir sagen machen wir hier hinten eigentlich eine größere hecke größere hecke machen wir hier lang die ist jetzt mal hier rein würde das eigentlich ganz gut aussehen denke ich mal passt das eigentlich ganz gut dann passt die hier da ist die hier so ein bisschen drin es ist doch ganz schick das ist doch ganz schick hier soll es doch passen so was haben wir noch schönes genau hier hinten können wir noch ein paar blümchen hin machen genau hier kommt noch mal wo haben wir es bienen hier kommt noch mal ein bienenhäuschen hin jetzt mal hier natürlich auch noch mal hin da war ach ja dann haben wir hier haben wir noch ein kleiner spin das ist so 1 hier ist natürlich auch nicht schlecht aber okay so landschaft land sind wir stehen auch noch ein paar lanzen hin machen hier noch ein paar blümchen hin machen schick ist für die bienen jetzt leider nicht schade hatte schade was haben wir hier noch auch hier können wir auch hier können wir noch ein bisschen das große wieder hinsetzen und das hier ich denke mal das ganz gut und dann machen wir aber eine mittlere hecke hin so und dann müssen wir hier noch mal ein bisschen haben wir hier dreck weg haben wir hier mit morgens näher ran denn unser ja schon ein bisschen lang fahren und hier so immer dort wo am meisten sage ich mal wie es ein bisschen gedreht wird könnte man sagen aber hier noch mal ein bisschen ja so bitte bitte auf hübsch machen ja ja wenn wir noch einen weg wo das ganze rein führt dann geht es ja hier sowieso noch ein bisschen rings rum und dann hatten wir hier ja auch genau ja wir müssen mal ein bisschen gucken ihr könnt natürlich sehr gerne auch wie gesagt in die kommentare schreiben ja es ist halt weiter so ein bisschen malerisch angehaucht meiner lieben da ich freue mich schon über das jahr auf live stream nachher wir können sie alles sagen irgendwas heute wieder so schönes machen können jetzt wärmer nehmen hier ein bisschen rum gehen hier ein bisschen rum ein bisschen rein sinken genau dann können wir hier nämlich wieder ein paar blümschneiden machen denn wir brauchen ja wir brauchen ja auch mehr für unsere bienen ein paar blümschen wo ist ja wo ist es dann bitte in honisch machen können hier nochmal blümschen hin ja hübsch ist hier ja noch ein paar mehr dran ja wie gesagt wir müssen also ein bisschen den neubau noch mal machen hier deswegen bin ich da gerade noch mal dran meine lieben so sonstiges da hat man doch irgendwo hat man doch so genau kleine was hier ankommt und dann hat man gesagt wir machen hier eine kleine sitzecke eine kleine sitzecke gemacht schön bei die schafe ist ja eigentlich auch was schönes aber da werden wir pflanzen mäßig da brauchst du die großen hier so ja er will was ringsherum machen ok noch mal ein paar blümschen so ja genau genau und dann wo ist die hölle gut scherke genau und da gibt es noch den tisch mit dazu dann gibt es noch ein spielchen mit dazu perfekt haben wir denn noch ein bisschen was haben wir denn noch ja gut da haben wir das ja wo stehen das können wir ja da können wir ja immer noch mal was hinstellen da können wir ja immer noch mal was hinstellen so wir hatten ja hier wir hatten wir ja auch hier stimmt genau hier gibt es bitte noch und und was hat man natürlich auch den leiterwagen der war ziemlich weit hinten hier gibt es auch dank dazu also hinstellen und dann hat man noch was man in den leiterwagen und das weit hinten genau den stempel hier noch so mit hin genau dann hatten wir hinten hatten wir ja soweit alles stehen genau das passt jetzt meine lieben nach menschen sind schon wieder 20 minuten rausgeworden es ist wahnsinn es ist einfach nur wahnsinn deswegen wenn es euch gefallen hat lasst er gern das dämpchen da das war es heute mit einer kleinen baufolge aus gasku und ja ich sage einfach mal bis später macht's gut 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 gut